Und es ist wirklich ein geiler Job. Warum? Weil ich natürlich eine ganz große Aufgabe habe, nämlich meine Gäste zu verwöhnen. Vom Service bis hin zum Kochen. Wirtshauskultur steht ganz oben beim Tourismus- und Gastland Niederösterreich. Die Leute wissen, bei uns gibt es tolle Gastronomie, gibt es tolles Essen und wir sind auch mädliche Leute. Und da brauchen wir natürlich auch die Profis. Und ihr seid die Profis, die heute angetreten sind, die Lehrlinge, egal welches Lehrjahr. Ihr seid toll und eure Lehrbetriebe können stolz auf euch sein. Und ich denke, einen sensationellen Applaus für euch. Eier, die Mitglieder.